Moin, liebe Flor Janssen-Fans and heartily welcome by STEMforming Online. Nein, das Video wird jetzt auf Deutsch, die niederländische Seite ist hier. Warum sehe ich so aus? Was könnte ich nun machen? Natürlich reagieren zu Let It Go. Was denn sonst? Ich liebe diesen Film sehr. Ich habe den durch meine kleinen Schülerinnen kennengelernt, durch so Kinder und finde den kann man auch super als Erwachsene anschauen. Habe ich sogar mal mit meinen Eltern gemacht und was weiß ich noch mal mit Freunden. Ganz, ganz schön und mich interessiert sehr, wie sie das macht. Denn wie wir Flor Janssen kennen, ist sie immer so individuell und macht es ganz anders, als wir es erwartet haben. Wer hier neu ist auf diesem Kanal, gerne abonnieren, denn hier gibt es immer wieder tolle Reaction-Videos und auch Tipps und Tricks für deine Stimme. Und das hilft natürlich auch, diese tollen Künstler wie Flor Janssen und so weiter zu verbreiten. Geht doch gerne auch auf meine deutsche Homepage stimmbildungonline.de. Dort habe ich ein kostenloses Videotutorial, aber auch spannende Blogs und ich schicke euch immer gerne neue Newsletter, wie ihr eure Stimme verbessert und all eure stimmlichen Ziele erreichen könnt. Wir sehen uns nach dem Intro. Los geht es aus dem Film Frozen. Musik 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 Hey, mit diesen Portamenti, wie sie so, ah, das ist so typisch Heavy Metal eher, wobei am Anfang, finde ich, fängt sie so ganz typisch Disney an, so wie wir das kennen, aber mir gefällt, bis jetzt gefällt mir ihre Stimmfarbe mehr als das englische Original, ist jetzt nur mein Geschmack, weil das irgendwie nochmal so ein bisschen natürlicher rüberkommt, aber auch tolle Stimmung am Anfang. Oh, good God. Oh, so ein bisschen, auch so ein bisschen unheimlich, ne, so dieses Dunkle hat sie drin. Was mich hier sehr, was mir hier sehr gefällt, so, ich weiß nicht, wie es euch geht, schreibt mir es gerne in die Kommentare, es ist zwar schwarze Musik und es hat ja dieses Dunkle, aber trotzdem strahlt sie so eine ganz große Positivität aus und was sehr, sehr hell ist, also die Kontraste sind, finde ich, sehr schön. Ganz andere Instrumente, merkt ihr, das ist so ihre typische Band, im Original sind es andere, also weniger so mit, ich glaube, das war eben eine E-Gitarre. Die Rhythme noch viel stärker. Sie macht so, man sieht so, dass sie so dieses, dieses Zauber macht. Na, so als würde sie wirklich Einfluss haben auf den Schnee, wenn sie schaut, ist das so stark und ihre starke Stimme passt so toll dazu. Wow. 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 So we're spiraling in frozen fractals all around And one thought crystallizes like an icy breast I'm never going back, the past is in the past Let it go, let it go And I'll rise like the freak of love Let it go, let it go The perfect girl is gone You are still in the light of life Let the story shine Großartig, ganz toll, also ich bin total begeistert Muss ich sagen, ich weiß nicht, wie es euch geht im Vergleich zu dem Original Ich finde, sie singt das viel stärker Auch die Rhythmen des Schlagzeugs erscheint mir viel, viel stärker Aber trotzdem passt das natürlich super bei Disney, so wie die das im Original singt Und warum, weil bei Disney ist es halt so, sie ist sehr jung und sie war ja die ganze Zeit eben in Isolation und musste ihre Kräfte unterdrücken und das ist so das erste Mal, dass sie eben rauskommt und plötzlich so dieses Eispalast baut. Und bei Florianzen, sie ist ja schon etwas länger eine starke Frau und sie ist ja auch keine 16 oder 18. Wie alt ist Elsa? 16 oder 18, ne? Dass sie Königin wird und Anna wohl noch jünger und sie möchte ja nicht irgendwie so ein Girly sein, sondern sie ist halt eine reife, tolle Frau eben. Insofern muss es ja auch anders sein und die Disney Version passt einfach so wie sie ist. Trotzdem finde ich, wenn sie jetzt dieses, wenn sie das jetzt machen würde, die Synchronstimme für Elsa, finde ich jetzt persönlich die Stimme von Flor noch mal viel schöner, weil im Original hat die irgendwie, ich weiß nicht mehr, wer das war, müsste ich jetzt auch googeln, ich bin ja eher so von der kompletten Klassik, hat sie irgendwie sowas in der Stimme, was nicht so jugendlich ist, die Sängerin bei Disney. Und Florianzen, obwohl sie eigentlich eine reifere Frau darstellt, hat sie, finde ich, was Helleres in der Stimme. Und sie müsste quasi, wenn sie es für Disney singen würde, müsste sie natürlich ihre bestimmte Dinge, die sie so macht, um ihre Individualität zu unterstreichen, müsste sie wieder zurücknehmen und das genauso machen, wie die Regisseure das wollen. Aber das könnte sie ja, das wäre ein Klacks für sie. Insofern bin ich echt dankbar, dass ihr mich auf diese Idee gebracht habt, dafür das zu kommentieren und auch mal endlich einen Grund, so eine Krone zu tragen, weil sonst kann ich die nicht tragen. Das passt nicht in Lübeck. Also wünsche ich euch schöne Grüße aus Lübeck und schreibt mir gerne in die Kommentare, zu welchem Lied oder Stück ich als nächstes ein Reaction-Video machen sollte. Schöne Grüße and see you next time! Schöne Grüße and see you next time!